Moin zusammen, hier ist wieder der Tim von Barefoot Products und heute geht es um unsere andere Legende und zwar den Quickstick. Mal ganz ehrlich, den Quickstick zu verändern war schon ein bisschen tough, weil wir nicht so wirklich wussten, was genau kann man an dem Bogen eigentlich noch besser machen. Aber wir haben den Versuch trotzdem gestartet und wir sind richtig glücklich. Und zwar einmal haben wir ein paar Veränderungen an dem Mittelteil vorgenommen. Wir haben nämlich mit großer Freude mehr Bau aufgenommen, ein richtig schönes Echtholz und haben das Ganze kombiniert mit Makassar. Das seht ihr hier. Und ihr seht auch hier die Dimensionen der Zierstreifen haben sich verändert. Auch unser Overlay im Facing und im Backing, jetzt habe ich es gerade andersrum gemacht, haben sich auch verändert. Also wir nutzen Schwarzglas, Ahorn und dann eben die Änderung des Makassar mit. Auch die Wurfarme sind extrem performance stark geblieben. Also wir nutzen weiterhin unseren Bambuskern, unser Olivenfurnier und wir fügen Carbon hinzu. Und zwar nicht in der Nulllinie, sondern direkt unterhalb vom Furnier, dass wir richtig gute Leistung erzeugen können. Und die Tipps bleiben weiterhin dreifach verleimt. Also Schwarz, Weiß, Schwarzes Mikata. Und ich bin der Meinung, auch wenn der davor schon richtig gut war, ist der fast noch ein bisschen besser geworden. Wir wünschen euch auf jeden Fall richtig viel Spaß mit dem neuen Quickstick. Wir wünschen euch auf jeden Fall.